Willkommen bei TOTOTO, das Investmentmagazin für Boxsportfreunde. Heute an meiner Seite Dennis Kosaric. Servus, freut mich hier zu sein und Dankeschön. Ja, gerne doch. Ich habe es auch schon angeschnitten. Wir reden heute so ein bisschen über Geld und zwar ist das Thema, ja wir haben uns dann auf den Terminus technicus Moneyfights geeinigt und zwar wollen wir das auch noch mal ein bisschen ausführen. Moneyfights sind dementsprechend keine Freakfights, wo beispielsweise ein Sumo-Ringer gegen einen gestandenen Boxer in einer abstrusen Gewichtsklasse in den Ring steigt oder diese Mismatches, die man hat, wo von vornherein klar ist, wer gewinnt. Diese gekauften Kämpfe, wo dann einer bei einem Schwinger, der gar nicht trifft, den sterbenden Schwan spielt. Explizit das haben wir nicht unter Moneyfights kategorisiert, sondern Dennis, was haben wir gesagt? Was sind die Moneyfights? Moneyfights sind ein gutes Beispiel, würde ich mal sagen, das ist Ryan Garcia. Du hast sieben Millionen Follower auf Instagram, da kommt man als Promoter, als Sponsor nicht dran vorbei. Und solche Leute können Fans zum Boxen bringen, die eigentlich zum Beispiel gar nicht mit dem Boxen was zu tun haben und dementsprechend kann man da auch ordentlich Geld verdienen, weil natürlich mehr Pay-Per-View, mehr Buy-Ins, mehr Merchandise und ein gutes Beispiel sind da die Loganfights, würde ich mal sagen, was ist eine gute Überleitung zum ersten Bild. Schauen wir uns das mal an. Das war ja, ist auch gar nicht so lange her. Das ist der Jake Paul gegen Ben Askren. Jake Paul ist eben ein YouTuber mit sehr, sehr großer Reichweite. Ben Askren kennen wir aus der UFC und aus 1 ist ein MMAler. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Kampf mal erzählen und was ist daran so abstrus gewesen? Nun, wenn man jetzt, also die Leute, die ein bisschen den Hintergrund allgemein zu den Personen kennen, Ben Askren ist garantiert kein Boxer und er war noch nie ein Stand-Up-Fighter, auch nicht in der UFC. Gegen Masvidal gibt es ja dieses große K.O., was er hatte, wo er das vielleicht nie bekommt, nach ein paar Sekunden. Von dem her, dass dieser Fight überhaupt zustande gekommen ist, das sei da mal dahingestellt, aber er hat auf jeden Fall viele Leute herangezogen. Und ja, Paul gewinnt den Fight mit einem Knockout. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Was es auf jeden Fall war, war ja zumindest ein Spektakel. Also es wurde in den sozialen Medien ausgeschlachtet. Das heißt also, die Aufmerksamkeit war da. Jake Paul kam, glaube ich, mit so einem Roboter rein. Problem-Bot oder wie der auch heißt, hat er einen eigenen Instagram-Account. Ist das etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Benefit? Nein. Für den klassischen Boxsport, für das Boxen an sich, nein. Möchtest du aber ein Spektakel? Möchtest du eine Show? Ja. Und ich sehe diese Fights, diese Money-Fights sehe ich als Spektakel und Show an. Da hat es wahrscheinlich so irgendwo sogar seine Berechtigung, dass es so ist, ist legitim. Für mich hat das sehr viel auch wie ein Hip-Hop-Konzert gewirkt, alles. Und von dem her, in diesem Rahmen ja, wer da auch mitmacht, muss sich klar sein, was da auch recht gespielt wird und was da auch passiert und was, ob man auch, dass man auch negative oder positive Presse diesbezüglich bekommen kann. Aber für den klassischen Boxsport, wo es halt einfach wirklich um den Kampf geht, um die Fähigkeiten, um die Leistung, um den Skill, tut es nicht gut. Um das auch noch mal zu verdeutlichen, dieser Kampf, Jake Paul gegen Ben Askren hat die zehn meisten Pay-Per-View-Zahlen aller Zeiten im Boxkampf, der ist auf Platz zehn. Ben Askren hat gesagt, er hat so viel Geld verdient, wie er vorher in der UFC zusammen noch nicht verdient hat, kumuliert. Das muss man sich mal reinziehen. Also das heißt, diese Kämpfe, da steckt unglaublich viel Geld hinter. Also zum einen für die, die mitmachen und zum anderen aber auch für die Promoter, die dann verkaufen. Definitiv. Das ist ein riesen Payday. Was im Hintergrund wahrscheinlich für die Summen abgehen, also wenn man Leino jetzt den anderen Logan-Bruder mal anschaut, gegen Floyd Mayweather, was ja anstehen soll. Ich habe jetzt... Da kommen wir gleich noch mal zu. Vielleicht blenden wir gleich mal Bild 2 schon ein. Das ist nämlich eben der angesprochene Kampf. Da ist er, das ist der Bruder Logan Paul gegen Floyd Money Mayweather. Da haben wir den Spitznamen sogar schon drin. Ganz genau. Money Fight, Money Mayweather. Und da haben wir eben genau derselbe Kasperle Theater. Der eine stiehlt dem anderen die Baseball Cap, macht daraus dann jetzt ein Tattoo und eine eigene Modelinie und generiert so schon mal Aufmerksamkeit. Ja. Und ich habe jetzt auch vorhin erst einen Artikel gelesen, dass das Mayweather Management den Veranstalter verklagt, ich glaube auf jetzt schon über 100, 120 Millionen Dollar, weil da irgendwas nicht im Reinen ist, was die Zahlungen angeht. Also wenn man das schon liest, was am Anfang von diesem Kampf für Summen da fallen, das ist der reine Wahnsinn. Wenn man jetzt natürlich ein Promoter ist oder Veranstalter oder wie auch immer in diesem Bereich zu tun hat, dann siehst du da bloß die Dollarzeichen und musst da das Ding einfach machen. Das ist ganz klar. Weil sonst macht es irgendjemand anders. Bei Logan Paul gegen Floyd Mayweather wird auch der sportliche Mehrwert höchstwahrscheinlich gegen Null gehen. Es wird wahrscheinlich wieder einfach nur ein Spektakel mit viel Feuerwerk, bisschen Boxen und am Ende wahrscheinlich auch einem ziemlich eindeutigen Sieger, denn, wenn wir mal ehrlich, Logan Paul hat einen Kampf und den hat er sogar auch noch verloren. Das heißt, da ist er seinem Bruder auch noch in Sachen Statistik sogar noch ein bisschen schlechter gestellt. Einfach jetzt mal frei aus dem Bauch raus, was erwartest du von dem Kampf, der wahrscheinlich so auch keiner ist? Also, ich meine, ich sage es mal einfach so, normalerweise sollte Floyd Mayweather den Kampf gewinnen. Man weiß aber in dieser verrückten Zeit heute nie. Okay, Logan Paul ist, glaube ich, 1,86, 1,87 groß, wird bestimmt an die 90, 85 Kilo wiegen. Da musst du dann auch nicht mehr viel können, dass wenn irgendein blöder Schwinger kommt und er dich trifft, dass das was Ernstes passiert. Wobei ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass dieser Fight dafür ausgelegt ist. Das muss sich jetzt jeder selber zusammenhalten, was ich damit meine. Aber einen sportlichen Mehrwert hat das auf gar keinen Fall. Weil, was soll man sehen? Selbst wenn Logan Paul es wirklich versuchen sollte und Floyd Mayweather nimmt den Kampf ernst, er weicht die ganze Zeit aus, was er früher gemacht hat, er lässt ihn ins Leere schlagen, die laufen ein bisschen im Ring umeinander, er kriegt 1, 2, 3, ja, und dann ist es ein Punktsieg oder wie auch immer. Wobei das ein Exhibition Bout ist, die Exhibition Bouts, da kommen wir später auch nochmal zu, ist ja in der Regel so, dass dann nach der vereinbarten Rundenanzahl es dann keinen Sieger gibt. Also es geht nicht offiziell in die Kampfwertung ein, ganz anders als das, was wir jetzt zum Beispiel in Bild 3 sehen. Der Floyd Mayweather war ja nicht zum ersten Mal in so eine Moneyfight integriert, er hatte natürlich auch Moneyfights gehabt mit viel Geld, die auch sportlich es wert waren. Der hier war es nicht, ging Conor McGregor von der MMA-Welt auch so ein bisschen herbeigeschworen, hat er auch ein bisschen gehofft, dass der Conor McGregor da so ein bisschen was reißen kann. War es am Ende auch nicht, aber das war zumindest ein offizieller Profikampf, der auch bei Boxstrak eingetragen wurde. Wie hast du dir diesen Kampf, wie hast du den gesehen oder was hast du darüber gelesen? Was ist seine Meinung? Für den Boxsport hat es vielleicht ein bisschen mehr wieder Aufmerksamkeit gegeben durch diesen Kampf, weil Conor McGregor natürlich durch seine Art, durch sein Charisma, durch sein ganzes Auftreten, was er auch schon in der FSU einfach mitgenommen hat, hat eine ziemlich große Zuschauerzahl angezogen. Es gab zuvor auch noch nicht, dass es diese Pressekonferenzen, Touren gab in Boxen, wie sie da gemacht haben. Also es wurde alles sehr, sehr groß aufgezogen, es wurde sehr viel Aufmerksamkeit gemacht und es war auch einer der bestbezahlten, bestgeguckten Kämpfe überhaupt. Von dem her, das Boxen wurde da ein bisschen neues Leben eingehaucht, aber qualitativ war das natürlich jetzt auch nicht das Tollste. Ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass das so eine Werbeveranstaltung war, ein bisschen mit Proper 12 und was weiß ich nicht. Also das haben die schon geschickt gemacht. Wie du hast gesagt, es sind Unsummen generiert worden. Unfassbar, wenn der Floyd Mayweather da mit einem uneingelösten Check von 100 Millionen Dollar dann auch irgendwie im Rucksack rumläuft. Also das ist einfach nur der Wahnsinn, aber sportlich eben gar nichts. Hast du den Kampf überhaupt gesehen? Wenn ich ehrlich bin, die Ausschnitte haben gereicht. Ich glaube eine Szene, die ist verdeutlicht, wo McGregor einen Jab versucht und der bleibt hier stehen bei Mayweather. Ja, das sagt eigentlich alles aus. Er ist MMA-Fighter, ein guter. Also Floyd Mayweather würde nie auf die Idee kommen, in den Cage zu gehen. Aber er würde auch, glaube ich, das gleiche Geld verdienen können, was er beim Boxen macht, weil er einfach die Leute zieht und die Leute das sehen wollen. Du sprichst jetzt aber noch eine ziemlich interessante Sache an. Der Conor McGregor ist auf seine Art und Weise im Käfig halt zu Ruhm und Erfolg gekommen, weil er da natürlich auch phasenweise performt hat. Jetzt in letzter Zeit sieht es da auch ein bisschen düsterer aus. Floyd Mayweather durchgehend im Boxring, das heißt also, in ihrer Sportart haben die durchaus Akzente und Maßstäbe gesetzt. Man muss aber auch ganz klar festhalten, dass diese Erwartungshaltungen aus den jeweiligen Gemeinden, MMA oder auch Boxen, dann da vielleicht auch so ein bisschen zu euphorisch waren. Denn es sind absolut zwei unterschiedliche Sportarten und nur weil der eine so ein bisschen Stand-up kann und dann auch am Boden was kann, heißt das ja nicht, dass er ein Weltklasse-Boxer auch ausboxet. Nicht nur das, man muss auch schauen, wer Floyd Mayweather ist. Es gibt Erfahrungen, es gibt lange Trainingsjahre und es gibt auch Menschen wie Mayweather, der von klein auf geimpft wurde darauf. Mit drei Jahren hat er seine Handschuhe anbekommen, Vater Boxer gewesen, Onkel Boxer gewesen, die haben ihn trainiert. Das ist eine ganz andere Liga von Kämpfern. Der kann nichts anderes. Der ist wirklich dafür geschaffen worden. Mayweather, Conor McGregor an der anderen Hand ist es nicht gewesen. Der ist ein guter MMAler und MMA sagt aus, es ist Mixed Martial Arts und Boxen ist seine eigene Kategorie. Das kannst du auch nicht vergleichen mit Muay Thai oder Kickboxen oder sonst irgendwas. Boxen ist eine eigene Kategorie, folgt seinen eigenen Regeln und da muss man auch diesbezüglich darauf vorbereitet sein. Und es gibt bestimmt MMAler, die sich gegen gute Boxer auch beweisen könnten, aber nicht gegen einen Floyd Mayweather, womit 50 zu 0, 49 zu 0 zu dem Zeitpunkt dasteht. Gehe ich absolut d'accord. Es ist Zeit für die erste Pause. Wir hören uns gleich wieder, dann gibt es noch mehr Money Fights, die wir analysieren. Gameplan! 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 Freunde des Backenballetts, aufgepasst! Den Gameplan gibt es ab sofort schon donnerstags. Ab 20 Uhr gibt es im YouTube-Kanal von Fight24 wie gewohnt Meinung und Expertise. Jetzt also immer mit einem Tag mehr Vorfreude aufs Kampfsportwochenende. Der Gameplan bei Fight24. Ab jetzt immer donnerstags, ab 20 Uhr bei YouTube. Willkommen zurück bei TOTOTO. Wir reden heute über das ganz große Geld. Nicht das, was Dennis Kosaric und ich hier für den Aufbrit verdienen, sondern andere, nämlich die sogenannten Money Fights. Wir haben das gerade schon umrissen. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Bild und damit zum nächsten Money Fight, den wir diskutieren. Das war ja so ein, sage ich mal, ein Legenden-Fight, der als Exhibition-Bout deklariert wurde. Mike Tyson, wer kennt ihn nicht, gegen Roy Jones Jr. Beide schon im gehobenen Alter. Was kann man davon denn halten? Denn der war sportlich zumindest mal ein bisschen attraktiver als das, was wir gerade zumindest besprochen haben. Was kann man davon halten? Tyson wollte es halt nochmal wissen. Und das ist meine Meinung. Er hat seine Karriere nicht wirklich so beendet, wie er sie gerne hätte wollen, denke ich mir mal. Und ein Kämpfer, du kannst das Kämpfen aufhören, aber den Kämpfer kriegst du nie raus aus dem Menschen. Und es ist ja auch sehr, sehr beeindruckend, mit dem Alter die Form in der Zeit zu erreichen, sich überhaupt dem Ganzen zu stellen, ist schon mal Weltklasse, von der Seite aus gesehen. Sportlich gesehen, man muss halt da realistisch bleiben. Wenn jemand vor 20 Jahren geboxt hat, dann hat man immer so ein bisschen den Prime-Moment. Ich habe den Kampf gesehen, ich habe den Kampf gesehen, ich habe den Kampf gesehen. Und dann hat man diese Bilder von diesen Menschen im Kopf, wie er da war. Von beiden, Roy Jones und Tyson, beide waren Eliten auf ihrem Level. Und dann, wenn halt der tatsächliche Exhibition-Fight dann kommt, wird die Erwartungshaltung natürlich getrübt in dem ersten Moment, weil du siehst, was Realität ist. Nichtsdestotrotz kämpfen die und haben sich darauf vorbereitet. Und jeder hat die Berechtigung, das zu tun, was er möchte. Bloß, wie man sagt, es ist ein Exhibition-Fight, aber er wird per Pay-Per-View verkauft, dann ist es für mich kein Exhibition-Fight mehr. Sondern dann geht es einfach darum, um Geld zu generieren. Und dann ist es ein Money-Fight. Viele Leute hatten ja auch Hoffnung in diesen Kampf gesetzt. Oh, gibt es ein K.O.? Mike Tyson ist natürlich durch seine Schlaghärte auch so bekannt und gefürchtet gewesen. Dem wurde schon vorher auch entkräftet. Findest du, dass man, wenn man Exhibition-Bouts macht, dann da auch Regeln vorschieben sollte? Also, dass man sagt, es gibt vielleicht kein K.O., es gibt am Ende keinen Sieger. Oder wenn man so etwas macht, so ein Format, sollte man dann tatsächlich auch punkten oder wie auch immer. Diese offiziellen Regeln beibehalten. Im Endeffekt ist für mich Exhibition ein Sparring auf gut Deutsch. Das ist es. Und bei diesem Exhibition-Fight geht es darum, dass sie miteinander boxen. Jetzt weiß ich nicht, kann man natürlich nie wissen, ist das Ziel, dass es wirklich zu einem K.O. kommt? Oder ich will einfach bloß ein Fight zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roy Jones Jr. sich gegen Mike Tyson stellt und sagt, ich werde genauso boxen, wie ich es vor 15 Jahren gemacht habe. Egal, was ist. Wenn ich runtergehe, gehe ich runter. Ich glaube, mit über 50 willst du das dann nicht mehr, weil einfach die Gesundheit da auf dem Spiel steht. Und du dir denkst, ich nehme den Paycheck mit. Das ist das Nächste. Von dem her, wenn du boxst, dann box unter richtigen Richtlinien, mach Punktrichter draus, mach einen richtigen Kampf drauf und fertig. Weil im Endeffekt ist es kein Exhibition-Fight, weil Geld generiert wird. Das ist ein Money-Fight, dann kann man den als Profi-Fight sehen. Das ist meine Meinung. Kommen wir jetzt zum nächsten Money-Fight, den wir mal besprechen. Julio Cesar Chavez Jr. gegen Anderson Silva. Beide auch sehr wohl bekannt. Chavez Jr. natürlich auch durch die eine oder andere Eskapade. Der Sohn von Julio Cesar Chavez. Und Anderson Silva natürlich aus seinem UFC. Hat er ja Legenden-Status. Ist er auch. Aber das ist ganz interessant. Du sagtest das im Vorfeld. Der Anderson Silva hat gestartet im Kickboxen. Im Muay Thai. Im Muay Thai, ganz genau. Und hat auch schon Profikämpfe. Hat auch Profi-Boxkämpfe gehabt. Also er kommt vom Stand-Up, ist dann ins MMA gewechselt. Und hat dort so einen größten Ruhm halt geholt. Und ja, hat jetzt dem MMA den Rücken gekehrt. Sagt, es reicht und möchte boxen. Muss ich sagen, jemand wie er, der immer noch ein Level in diesem Alter, auch wirklich ein High-Level im MMA halten konnte. Die ganze Zeit, wo dann keine Kicks mehr und kein Wrestling und kein BJJ mehr im Spiel kommt. Und das Training auch nicht mehr so auf dem Level ist, wo du dich ständig verletzt. Was ja beim MMA gang und gäbe ist. Ich glaube schon, dass man da noch ein paar attraktive Fights von ihm sehen kann. Definitiv. Siehst du denn da, sag ich mal zumindest, einen kleinen sportlichen Wert? Weil wir sagen ja, er kommt ja auch aus dem Boxen, er hat ein Sieg, eine Niederlage. Das heißt, er hat schon mal irgendwo Profiluft geschnuppert und auch eine dementsprechende Ausbildung genossen. Hier haben wir dann zumindest also, obwohl es ein Money-Fight ist, auch eine kleine sportliche Benefit. Doch, ja. Sehe ich schon so. Weil, ich muss ehrlich sagen, allein ist nur, was dieser Mann einfach mit den Händen auch konnte. Auch im MMA. Ich bin echt interessant. Ich habe mir einige Multi-Fights von ihm früher angeschaut. Gibt es einige auf YouTube. Der ist schon ganz eigen. Mal sehen, was... Da bin ich gespannt drauf, vom Sportlichen her. Ganz klar. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Vielleicht kann ich mich auf etwas freuen, was gar nicht so sein wird am Schluss. Du rechnest ihm also tatsächlich da Chancen aus gegen den doch gestandenen Boxer Julio Cesar Schabert Jr. mit 55 Kämpfen? Ich will sehen, was möglich ist, wenn du so einen Mann mit so einem Style, überhaupt so einem Kampfstil gegen den Boxer reintust. Gehst du davon aus, dass er mit seinem doch gehobenen Alter auch noch ein richtiges Trainingscamp und sich wirklich gewissnav vorbereitet? Oder denkst du, der ist so satt, dass er jetzt einfach nur den Paycheck sieht, irgendwas abliefert oder hat er tatsächlich den Anspruch? Ich kenne den Mann nicht persönlich. Das kann ich nicht beurteilen. Du kannst immer nur etwas versuchen einzuschätzen von Videobildern. Und wir wissen selber, Medien kann ich so schneiden und stellen, damit ich das glaube, was ich glauben soll. Ich glaube, das ist einfach so meine romantische Ader in dem Moment. Und ich denke mir, das ist wirklich so ein Durchfighter, durch und durch. So Budokai und was weiß ich nicht alles. Und von dem her... Ich glaube, er will das einfach nur mal wissen, ob er es im Boxen machen kann. Aber, wie du auch sagtest, es wird auch Geld generiert und ist halt nun mal ein Moneyfight. Und er wird bei diesem Kampf gegen Chavez Jr. garantiert mehr verdienen, als in den letzten drei UFC-Kämpfen. Da bin ich mir garantiert sicher. Dann lasse ich dich mal in deiner Romantik. Und wir kommen zum letzten Kampf, den wir heute mal analysieren. Im letzten Bild. Da haben wir Roy Jones Jr. erneut. Diesmal gegen auch einen gut ausgebildeten Boxer Karl Frosch. Wir sehen das schon. Ja, fortgeschrittenes Alter beide. Was zählst du davon? Hat das irgendeinen sportlichen Wert, das jetzt noch... Ich weiß gar nicht, ob das ein Exhibition-Baut ist oder tatsächlich offiziell. Also, wenn du jetzt sagen willst, sportlicher Wert. Der erste Kampf war Jones schon noch in seiner Prime, würde ich mal sagen. Und hat verloren gehabt. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da das Ergebnis anders sein soll. Vor allem sind es dann auch mal zehn Jahre Altersunterschied. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in dem Kampf so ein Hype gemacht wird, wie beispielsweise... Dafür ziehen die beiden zu wenig. Beziehungsweise der Karl Frosch, der dann doch sehr lokal begrenzt im UK, sag ich mal... Und eigentlich nur den wirklichen Fans von Boxsport bekannt ist. Ja, weil halt nicht dieser Instagram-Hype, Facebook-Hype oder wie auch immer... Die beiden machen es aber natürlich auch wieder wegen des Geldes. Ganz klar. Wegen des lieben Geldes. Ganz klar. Du kannst es halt ein bisschen verkaufen als Rematch. Und es ist halt nicht irgendein Kampf, der angesetzt worden ist. Sondern es gibt dieses Ding, was noch ausgebügelt werden muss. Und du kannst es halt gut verkaufen in dem Sinne. Aber ob es wirklich ziehen wird, ist eine andere Sache. Ja, genau. Machen wir mal eine kurze Unterbrechung. Und wir hören uns gleich wieder. Und da analysieren wir, ist das vielleicht etwas, was zukünftig auch auf Profibox-Veranstaltungen immer wieder auftauchen wird. So, willkommen zurück bei Toe2Toe. Und es geht um die Money-Fights. Dennis Kosaric ist immer noch bei mir. Bleibt uns nur noch eins übrig. Sind diese Money-Fights, das heißt also Kämpfe von YouTubern beispielsweise oder von Legenden, die aus anderen Sportarten kommen. Und da eine vielleicht reguläre Kampfkarte auch auftappen oder Reichweite generieren, Pay-Per-View-Bice generieren. Ist das ein Konzept, was tatsächlich funktionieren kann, wie Askren Paul, wo man sagt, wir machen den Boxsport einfach noch größer, als er ist. Zumindest in den USA. Das ist ein zweisteiliges Schwert, würde ich mal sagen. Also, wenn du so einen Fights hast und mittlerweile weiß man, was die generieren können, und da eine Fight-Card gemacht wird, und du die Möglichkeit hast, als, sagen wir es mal, als junger, aufstehender Boxer, da auf der Karte zu kämpfen, muss man es fast tun. Weil die Zuschauerzahlen, die Augen, die du da bekommst, die kriegst nicht auf jeder Fight-Card. Und andersrum, geht es den Leuten dann wirklich um die anderen Boxer? Wollen sie boxen sehen oder wollen sie einfach nur dieses Spektakel sehen? Und kann man das dann auch für die Zukunft so halten, dass dann auch immer wirklich wieder die Zuschauerzahlen gleichbleibend sind, wie sie es jetzt am Anfang sind? Das ist natürlich die große Frage. Am Anfang steht ja sicherlich die Sensationsgier. Diese ganzen zusätzlichen Bikes, die man hat, die generieren natürlich auch Chancen. Das heißt also auch, der Boxsport hat eventuell die Möglichkeit, Fans zu gewinnen, dass die Leute dranbleiben, die anderen richtigen Kämpfe sehen und sagen, boah, ist ein geiler Sport. Oder man die sogar animiert und sagt, okay, da gehe ich halt ins Boxgym, ist ein cooler Sport. Und sich daraus vielleicht auch wieder neue Talente entwickeln. Absolut, die Möglichkeit besteht auch, weil man sich natürlich sagt, okay, Boxen ist jemand, wo man einfach mal anfangen kann und schauen kann, wie weit man kommt, die Möglichkeiten bestehen. Wobei ich einfach immer mehr, ich sehe, es geht den Leuten eher um das Spektakel. Es geht den Leuten um den Beef, es geht den Leuten um das vorherige Drumherum-Tralala-Drama, wie jetzt mit Floyd Mayweather, ich hab deinen Hut und blau. Diese Sachen, die entstehen halt dann. Du hast ein Meme, du hast ein Hashtag, du machst daraus ein T-Shirt, du machst die. Es geht alles bloß ums Geld. Ich glaube nicht, dass da der Boxsport langfristig profitieren wird davon. Wir haben jetzt in den USA gesehen, mit Askren gegen Paul, dass das zumindest, was Zuschauerzahlen angeht, dort zieht. Die Amis sind ja sehr, sehr schnell euphorisiert. Die Deutschen sicherlich ein anderes Publikum. Mal angenommen, dieses Konzept würde funktionieren in den USA, dauerhaft. Wäre das auch in Deutschland denkbar? Sind die Deutschen so, dass man sagt, ach Mensch, da ist ein super YouTuber, den packen wir jetzt mal in den Ring und auf einmal stürmen die Fußballstadien, wenn man dann mal wieder darf? Glaube ich nicht, weil das Prinzip hat ja schon mal RTL ein bisschen versucht. Ein paar Mal, wenn ich jetzt ein Album machen kann. Mit dem Promi-Boxen. Ja, ganz genau. Und ja, das will man sich nicht antun, wirklich. Es gibt keinen Sinn. Ich glaube, es geht darum, das deutsche Publikum ist anders. In den USA ist das Drumherum, die Show, desto lauter es ist, desto besser ist es. Das, glaube ich, hat viel auch mit der Mentalität der Völker zu tun. Und in Deutschland hat, wie gesagt, es wurde auch schon auf MMA-Basis so versucht. Ich lasse einen Promi-YouTuber gegen einen echten kämpfen oder wie auch immer. Aber das zieht nicht wirklich und ist auch kein großes Interesse da, was ich bis jetzt gesehen habe. Also halten wir mal fest zum Abschluss. Wir haben dieses Phänomen dieser Money Fights zur Kenntnis genommen. Wir halten davon gar nichts. Aber es ist ein Phänomen, was durchaus auch Erfolg gezeigt hat, zumindest in den Verkaufszahlen. Und das ist wahrscheinlich ein Phänomen, an das wir uns wahrscheinlich auch gewöhnen müssen. Zumindest auch in den USA in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Wir hoffen auf möglichst wenig Money Fights, weil wir lieben den Sport. Wir mögen gerne die richtige sportliche Herausforderung. Aber natürlich Money Talks. Am Ende ist das den Veranstaltern natürlich das Wichtigste. Das ist die kleinste Violine der Welt zwischen Daumen und Zeigefinger. Dass die ordentlich spielt. In diesem Sinne, Dennis, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich sehr drüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am regen Austausch. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Toe to Toe, sportfrei. Da ist es schon wieder vorbei, die Folge Toe to Toe, aber ich habe gute Nachrichten für euch. Hier könnt ihr euch die letzte Folge angucken und hier oben könnt ihr den Fight24-Kanal abonnieren. Und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr.